Die Ukraine-Krise, so hat Wolfgang Ischinger, einer der klügsten sicherheitspolitischen Denker Deutschlands, dieser Tage geschrieben, sei ein Alarmsignal, wie es lauter nichts sein könnte. Man kann nur hoffen, dass die NATO, die EU, wir alle es ernst nehmen. Russland attackiert nicht nur die Ukraine, es attackiert die gesamte europäische Sicherheitsordnung. Putin hat dafür gesorgt, dass Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar geworden ist. Er ist kein Partner mehr, er ist Gegner. Das verlangt nach einer eindeutigen Antwort. Wir müssen sie geschlossen geben und entschlossen. Dazu gehört einerseits, alle Gesprächskanäle mit Moskau aufrechtzuerhalten und Putin immer wieder die Folgen seines Tuns vor Augen zu halten, selbst wenn das kurzfristig wenig bewirkt. Aber wo es möglich ist, sollten wir ihm auch Wege zur Umkehr eröffnen. Andererseits ist es ebenso wichtig, dass wir uns wappnen. Erstens müssen wir wieder mehr für unsere Verteidigungsfähigkeit tun. Das kostet Geld, aber dieses Geld können wir durch Arbeitsteilung und Zusammenarbeit wirksamer ausgeben als bisher. Zweitens müssen unsere Nachbarn sich genauso sicher fühlen können wie wir. Wir sollten regelmäßig, aber rotierend NATO-Truppen dorthin schicken. Wer etwa Lettland angreifen will, muss wissen, dass er es mit uns allen zu tun bekommt. Drittens darf es Putin nicht gelingen, die Ukraine zu destabilisieren. Das erfordert unsere Hilfe bei den nötigen Reformen, wirtschaftlich, aber auch mit Waffen, die der Abwehr dienen. Viertens dürfen wir Putin nicht auch noch unterstützen. Frankreich hat heute den Verkauf von Kriegsschiffen an Russland auf Eis gelegt. Wir sollten ihm helfen, auf dieses Geschäft ganz zu verzichten. Ja, das alles wird auch teuer. Aber es kann keine Friedensdividende geben, wenn der Frieden aufgekündigt wird. Unsere Welt hat sich verändert. Wir sollten uns auf die Welt vertreten, wenn der Frieden aufgekündigt wird. Untertitelung des ZDF, 2020